Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute spiele ich mal den puren Goldmodus in Fortnite Battle Royale. Lasst wie immer gerne ein Like und eine Bewertung da, wenn es euch gefällt. Okay Leute, bis gleich, wir sehen uns dann in der Runde. Achso Leute, ich wollte euch noch kurz den Shop zeigen. So Leute, Item Shop. Ja, okay Leute, ich zeige euch dann nach der Runde den Item Shop, ja? Deswegen, wenn ich mit dem Video zu Ende bin, kurz bevor ich zu Ende mit dem Video bin, zeige ich euch dann nochmal den Item Shop, ja Leute? Wir sehen uns dann in der Runde, bis gleich. Okay Leute, es ist lau, ich wollte gleich sagen, okay Lande. Okay Leute, ich lande in Misty Meadow und das Komische war, ich habe vorhin im puren Goldmodus eine goldene, enge, lilane AK, hatte einen Gegner und ich hatte einen grünen AK. Ich dachte mir, was ist das? Hier ein cooles Skateboard, Hoverboard habe ich. Ja, wo lande ich? Ich glaube, ich lande hier unten in dem Haus. Lande ich meistens, wenn ich in Misty lande, hier so in der Nähe. Wartet mal Leute, man sieht gar nicht die Map, ich muss kurz umstellen, bis gleich. Okay Leute, ich stelle das gleich um. Ich muss erstmal kurz Waffen holen, weil hier ist schon Gegner mit Waffen. Leute, das war es mal wieder komplett. Das spielt auch aufs Trick. Ja Leute, das meine ich. Hätte ich mal die Map nicht geändert, hätte ich mal lieber Waffen gesucht. Okay Leute, ich zeige euch kurz den Job. Nein, ich bin noch nicht mit dem Video zu Ende. Wir sehen uns dann in der Lobby, bis gleich. Okay Leute, das ist der Job. Ich zeige ihn euch kurz. Haben wir hier Kunia. Und die Rücken, als das war. Dann noch Kenji. Passt zu mir ein Auge. Falke, ich optisch sehr nice finde. Ich überlege mir den zu holen. Okay Leute, den finde ich optisch sehr cool. Dann noch die Klauen. Schnellschlag. Deadfire. Ist sehr nice. Hat einen guten Freund von mir. Also aus der Schule eigentlich schon mein bester Freund sozusagen. Grüße gehen raus. Soll ich mal seinen TikTok-Account sagen? Dann könnt ihr ihn gerne abonnieren. Nee, komm. Mache ich hier so nicht. Muss ich erst mal fragen, ob ich das darf. Aber wahrscheinlich schon. Na, ich bin so blöd. Ich wollte mir das Rücken-Accessoire. Ich habe den mir außersehen gekauft. Ich wollte mir... Leute, ich wollte mir... Das Rücken-Accessoire besser angucken. Ich finde den Skinks war sehr cool. Aber oh nee. Jetzt habe ich mir den außersehen gekauft. Ich wollte es so machen. Style-Vorschau. Ich ziehe euch. Ich habe außerdem auf Y gedrückt. Lasst gerne dafür ein Like und Abo da. Wenn ich Geld bekomme. Spaß. Ich bekomme hier kein Geld. Also das war ja mal komplett los. Hier, Gaunarin habe ich eh schon. Expertin. Das kann man nicht mal gönnen. Meine Bugs ging leer, weil ich mir außersehen Tanks gekauft habe. Kann doch nicht wahr sein. Hier haben wir noch die ganzen Ski-Leute. Wo die Helme aussehen wie von Pumchi. Ich spiele es eigentlich nicht. Also soll ich vielleicht mal... Fragt mal in die Kommentare. Soll ich Pumchi-Videos bringen? Aber ich denke mal nicht. Doch, vielleicht mal gucken. Mal gucken. Ja, Leute. Vielleicht, wenn das Video 10 Daumen nach oben hat. Dann mal gucken. Ja. Soll ich jetzt mit Deadfire spielen? Wo ist der hier? Naja, komm. Ich weiß nicht. Okay, Leute. Sie sehen uns gleich in der Runde wieder. Bis gleich. Okay, Leute. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich landen soll. Der landen Spot ist eigentlich gerade gar nicht so gut. Komm, ich gehe wieder mit die Middles drauf. So, Leute. Ich lande wieder mal hier. In der Hoffnung auf eine Waffe. Gut, gut, gut. Ist hier das Sprayer-Haus, oder was? Letzte Runde hatte der ja auch diese Waffe. Das mache ich. Ich hole dich da raus. Wenn du an mich glaubst, abonniert mich an SEO. Die landen 44. Und die Tashi. Der zum Glück macht... Der ist was zum Glück... Ja, doch. Ich kann ihn. Er hat die 1000 Abos geknackt. Ich glaube, es war 30 mehr. Kein Plan. Ich sage, kein Plan. Die Tashi wird sich auch nur denken, wenn er es sieht. Schade. Ah, schade. Hier. Pures Gold-Modus. Ja, wo ist das Gold? Aber er kann OP sein. Und hier fährt natürlich wieder einer mit dem Auto. Das war's komplett. Autofahrer. Kerxe, Kerxe. Ich mein Autofahrer. Oh, leckere Hicks abbekommen. Das neigt mich. Ich wollte gerade bauen. Okay, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Bis gleich. Okay, Leute. Ich lande jetzt Holy Hedges. Da bin ich mit euch, also mit der Community, noch gar nicht gelandet. Und weil ich hier der pure Gold-Modus ist, dachte ich, okay, komm. Dann rüste ich auch hier den Deadfire-Skin aus, den ich mir gerade außerdem gekauft habe. Ja, Leute, ich wollte die V-Bugs eigentlich sparen. Ja, natürlich ist das Ding cool, aber hm. Und Überraschung, Surprise. Ich habe mein Haustier mit dabei. Ein Falke. Ja, Geldverschwendung vielleicht, keine Ahnung. Zu teuer, aber ist doch cool. Und das ist der pure Gold-Modus. Und jetzt habe ich auch, außer die Spitzhacke, aber Backblink muss, glaube ich, auch Gold sein. Das ging auf jeden Fall. Und der Falke auch. Ich wollte gerade sagen, nice, aber goldene Schäste ist doch immer in dem Modus. Also blaue Schäste. Das ist ein Baba-Schäste. Mosche, ne? Naja, gut, das ist eh der pure Gold-Modus. Aber, oh Junge. Erstmal ein bisschen Saft trinken. Oder Wodka, Milch, was auch immer. Habe ich euch schon gesagt? Ne, habe ich nicht. Ich weiß, glaube ich, wie Itachi heißt. Und nein, ich werde es euch jetzt nicht sagen. Itachi zuliebe, weil, guck mal. Ich kann nicht einfach sein... Egal. Ich kann jetzt nicht einfach sein Namen sagen. Das wäre irrenlos. Aber wie... Oh, Leute. Es kann doch nicht sein. Wie lost war ich gerade? Okay, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Wunde. Bis gleich. Leute, das ist doch ein Duo-Modus. Team, die gerade... Der Modus ist doch Duo. Sind die lost nicht, wa? Hä? Die sind zu viert, oder? Das ist doch ein Duo-Modus, oder? Hä? Egal. Hä, das ist doch ein Duo-Modus. Okay, wir sehen uns in der Grunde. Okay, Leute. Ich zeige euch hier noch kurz den Bummi-E-Mode. Den coolen, lustigen, schönen E-Mode. Ist einfach Peitsche. Passt doch zu dem Skin. Okay, Leute. Wir sehen uns, denke ich, mal gleich... Lol, Fortbewegung. Das ist spitz, sagt er mich. Wir sehen uns dann gleich in der Runde. Bis gleich. Ja, sie sind ausgängig. Noseki sind cool. Lasst ein Like da und ein Abo, wenn ihr Noseki feiert. Spaß, ihr müsst es nicht, aber... Ja, ist korrekt. Bis gleich. Okay, wir warten jetzt einfach ohne Cut, ja. So. Ich lege jetzt mal Retail zu dem Row. Bis gleich. Okay, Leute. Ich lege jetzt hier Retail Row. Ab nach Retail Row. Mein Falken-Haustier. Gelbes Haus passt zu Oxelot. Das nehmen wir doch mal direkt. Schrei nicht so rum, habe ich gesagt. Ah klar, ein Falken, nicht so laut. Nein, es wird Nacht in Fortnite. Man sieht jetzt vielleicht nicht so gut doch, oder? Also, ich sehe aber in der Aufnahme, weiß nicht. Ich habe neulich in den Modus 4 Kills gemacht, weil es schon Rekord in D-Modus ist. So. Ich kann es nicht. Immer noch nicht. Wie gesagt, ich bin nicht tonverändert oder russig. Die könnt ihr auch gerne abschicken. Lecker. Lecker. Komm, dieser Siegel nehmen wir auch mal mit. Komm, wir machen das mal so. Komm, wir nehmen es mal mit. Wir merken uns hier, dass es hier noch Loot gibt. Wir merken uns das mal einfach. Max sollten wir auch mal fahren, ich weiß. Vielleicht, ich finde es gar nicht jetzt mal so schlimm, wenn ein Gegner mir 50 HP wegnimmt. Weil, dann kann ich Dings mitnehmen. Wenn ich einfach den Truck treffe. Das ist so eine gute Cowboy-Waffe hier. Ich spiele die Waffe so selten. Ich bin auch in dem Modus lost, sage ich ganz ehrlich. Obwohl ich letzte, also nicht letzte, aber erste Runde in dem Modus 4 Kills mit Sniper gemacht habe. Und gut zu Schocks. Aber gut, die Leute haben mich auch nicht so gut gesehen. Sind hier überhaupt Leute gelandet? Ach, come on. Ich habe doch vorhin die Schüsse gehört. Hier ist auch irgendwas. Leute, ich habe doch hier einen Gegner gehört. Biggie? Nee, leider nicht. Mid-Kid würde ich auch gerne mitnehmen. Wegen Zone kommt auch bald. Egal. Ach, come on. Bleiben jetzt, glaube ich, bei dem Loot. Was war denn dann der Sniper? Habe ich überhaupt Zeit, mich mit Biggie zu heilen? Ich weiß es nicht. Ich denke, wir bleiben bei... Ich weiß nicht. Ja, komm, wir bleiben bei dem Loot. Hier ist auch noch ein Schest. Ich weiß, Loot ich aber mal nicht. Ja, es könnte Pump sein. Lag nicht vorhin gegen den Tag. Ich weiß nicht. Radio aus. Besser ist es. Radio aus. Die Musik darf man, glaube ich, gar nicht auf YouTube verwenden. Sieht ganz schnell Radio aus. Zum Glück ist da ein Cool-Down-Bei-Radio. In dem Haus, ich empfehle es euch, wenn ihr nicht die besten Spieler seid oder auch mal eine Challenge macht, landet in dem Haus. Das ist gar nicht mal so schlecht. Da gibt es immer unten eine Baba-Chest. Coole, gute Schest von Hanglangern. Und ich werde jetzt gesnipet. Hoffentlich nicht. Ja, Leute. Aber in dem Modus spielen echt nicht so viele Boxen. Da spielen eher echte Gegner und gute. Ja, das ist was komplett. Die waren schon welche im Bunker. Okay, Leute. Bekommt ich so noch zwei, drei Minuten, okay. Äh, Auto. Wo ist mein Auto? Ich nehme einfach Taxi oder so. Das geht nicht mehr, ne? Radio aus. Ich hoffe, das Radio ist aus. Ich denke mir schon. Let's go. Hier mit meinem Mercedes-Benz. Mein Benz-Reichel, Ghetto-Präsident. Spaß. Hier mit meinem Benz. Mein Mercedes-Benz. Benz. Cool. No Flex. No Angeberreihe. Oh, RPG. Nice. Ich bräuchte die Waffe eigentlich auch. Die Maschinenpistole. Den drei Magkicks hätte ich auch schon mal. Nein, egal. Denk. Das kann man ja gut als Pump-Gang-Azaxi bekommt drauf. Ich bin mit mir drauf. Sensiert, ja. Wir waren auf jeden Fall gegen da, denn da ist ein Taxi. Ich glaube nicht, dass da ein Parkplatz ist. Zone der Welt. Hui. Tokio Drift. I can leave. I can fly. Juhu. Tokio Drift. Hier sind wir gut unterwegs als Cowboy. Ich fahre ich wie ein Betrunkener. Spaß. Boot kann man eigentlich auch gut mitnehmen. Kann man besser gehittet werden? Ja. Es braucht gar nicht mal so langsam. Und man kann halt so Raketen schießen. Ich denke, das sehe ich schon. Ach komm, wir bleiben bei dem Auto. Aber gut, im Auto kann man nicht mit Wasser fahren. Äh, was war ich? Im Auto. Man kann eigentlich über Wasser fahren. Mit dem Boot kann man auch an Land fahren. Komm, wo ist der? Komm, ich muss mich einbauen. Ich denke, er kann ja nicht mal eigene Wand bauen. Oh, er kann ja nicht mal eigene Wand bauen. Müssen auch gleich Zone moving. Okay, Leute. Da hinten ist ein Gegner. Ja. Guck, er baut. Komm. Mit Dings mit. Komm mit Boot. Mit Boot. Mit Boot gehen wir zu ihm. Bombardieren ihn. Wir attackieren ihn mal mit Raketen. Oder versuchen es. Mit Boot ist man gar nicht mal so langsam. Ui. Brä, was war denn das? Brudi. Hä? Was war denn das? GG. Oh mein Gott. Also GG. Naja, war jetzt auch nicht der beste Move. Puh. Ich werde jetzt so gepusht. Ich merke es schon. Oh, was sehe ich denn da? Leckeres. Granatenskill. Müsste eigentlich Maschinenpistole mit. Hä, der hat keine. Der hat eine Skala lost. Doch, der hat Maschinenpistole. Ja, ja. Pump auf jeden Fall mitnehmen. Da waren, glaube ich, da vorne Gegner. Kann das sein? Da ist einer mit Boot. Ich weiß. Oh mein Gott. Ist die Grafik gerade schlecht. Jetzt ist es besser. Waffen sind nachgel... Ja gut. Jetzt... Jalla. Jalla Abfahrt. Schnell, schnell. Schneller. Propeller. Ui. Ui. Ich jetzt an der Zone. Sterb rastisch aus. Naja. Krieg Spaß. Bitte nicht an der Zone. Ui. Kommt mit Boot. Mit Boost ist man relativ schnell. Vor allem, wenn man vom Wasser an landet oder im Wasser ist. Ich dachte, krieg Gegner. Für ein paar Sekunden. Aber es ist Fisch. So. Boot können wir eigentlich gleich mal kapern hier. Hier muss doch nichts sein. Hier fährt doch einer. Ich merke es doch. Das Boot fährt nämlich fast. Tank alle. Akku alle. Achso. Ich kann nicht reden. Hier müsste eigentlich eh ein Tank sein. Keine Lange. Hier war doch ganz... Ja, hier. Komm, ich riskiere. Ich riskiere es, gesnipet zu werden. Ich sehe es schon, ich werde gleich attackiert. Komm, müssen wir es voll tanken? Ja, doch, komm. Oder ich weiß noch nicht. Ja. Ist das denn ernst? Ich wusste es. Ich musste der mir in die Runde versauen. Ich wusste es. Ich würde so gerne ein trauriges Meme einblinken. Das kann doch nicht wahr sein. Okay, Leute. Wir sehen uns in der Lobby. Okay, Leute. Wenn ihr ein Like da lassen würdet, würde ich mich extrem freuen. Ist kein Muss. Aber wer echt lieb, korrekt, Kuss geht raus. Ich hoffe, euch hat das Video bis hierhin gefallen. Checkt auch gerne die anderen YouTuber ab. Tachi, Sinan und so. Leute, das war es mit dem Video. Hofft da rein, Leute. Bleibt gesund. Ciao, Leute.